Trainer Martin Schwalb verlässt Rhein-Neckar-Löwen. Nach Vereinsangaben wird er seinen Vertrag bei dem Handball-Bundesligisten nicht verlängern und Mannheim zum Saisonende verlassen. Der 57-Jährige kam nach sechsjähriger Auszeit erst im Februar 2020 in die Kurpfalz. Schwalb macht private Gründe für den Abgang geltend. Langfristig sähe er seinen Lebensmittelpunkt in Hamburg. Der Klub bedauert, dass Schwalbs komplette Amtszeit von der Corona-Pandemie überschattet war. Die Rhein-Neckar-Löwen waren nach eigenen Angaben an einer Vertragsverlängerung interessiert. Jetzt beginnt die Suche nach einem neuen Coach.